Willkommen zurück hier bei Kräuter sammeln was ist jetzt los man kann der eigentlich oh shit ey was soll wieder scheiß jetzt warte es ist gleich mal eine gute idee jawohl nein lasst doch den Kamerar scheiße ey das gibt es doch gar nicht dieses Mistvieh ich will nicht immer den Arsch retten hier geh selber was drauf so Kräuter gut nochmal noch eins das ist doch einfach zu blöd zum scheißen ist er und dann wird der entdeckt ich hielt es nicht für möglich dass Sauron je zurückkehren würde dunkelheit fällt über Mordor bald wird es unmöglich sein ihr nicht anheim zu fallen als wir merkten dass wir die Orks nicht bekämpfen konnten begannen wir uns als Sklaven zu verkleiden wir schlichen uns in Lager um die anderen zu befreien eine kühne Strategie keinesfalls oftmals endeten wir bloß selbst als Sklaven zumindest waren wir schon entsprechend gekleidet als die ausgestoßen als die ausgestoßenen mich einst retteten sagten sie mir du führtest die Jagd um einen Kopf an ich habe mich freiwillig gemeldet wenn du gefangen genommen worden wärst hätten unsere Waldläufer dich getötet dieses Schicksal wollte ich dir ersparen ich bin bereits auf dessen wirkung gespannt also ich bin noch spinne so sammle auf hier wo noch hier drüben sehr schön wo noch ich werde mir das mal von oben angucken da kommt hoch hier hoch hoch so kräuterli kräuterli aha aha so ist es also so das sollte reichen jetzt musst du es ihnen nur noch in den grog mischen werden die orks das gift nicht riechen nein aber wenn sie dich sehen werden sie sicher nicht davon trinken warte mal ich gehst fest stationiert nein wiederholen wehe ok gut wenigstens gut tschuldigung was wollte ich eigentlich ja ich wollte mich eigentlich hier den turm schnappen noch aber es ging wohl nicht anders was wir den turm irgendwann später noch schnappen so das war dahinten das war nicht das da das war das da das das sollte reichen jetzt musst du es ihnen nur noch in den grog mischen werden die orks das gift nicht riechen aber wenn sie dich sehen werden sie sicher nicht davon trinken die uruks sind am vorderen tor stationiert halte dich zum wohle meiner männer in den schatten verborgen ich hole meine männer und warte sobald das lager sicher ist werden wir das schießpulver an uns nehmen aha jetzt kann ich die nicht einfach runtermetzeln lass dich nicht erwischen die uruks haben Sklaven schon für weitaus weniger gefütet fehlkert grog vergiften drücke erans ok alles besser auf seinen schultern trug ich lasse ihn noch einen tag länger leben ja 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 warte mal was sind diese scheiß grau diese scheiß grau teiler ja ich muss ja nach hinten da ist keiner ja 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 ist dies so ein schreiß dass die schraurer imagin ke inherently dreist an Scheiss. So. So. Einmal Grauschgiften. Kein Wunder, dass dieses Zeug so gut brennt. Ich bin bereit für einen richtigen Kerl. Was war das? Was war das? Es hat wohl Angst vor mir. Wenn da etwas war, sollte sich fernhalten. Der Mann hat sich etwas bewegt. Und ein Grauk. Ich sollte weniger trinken. Und ein Spiel nur streicht. Ach, scheiße. 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 Ja, klar. Du hast entdeckt. Super. Du Sack. Warte. Ja, guten Morgen. Warte. Oh. Kura. Na gut. Von mir aus. Sehr schön. Dann kann ich den auch gleich noch. Warte mal. Warte mal. Wenn ich von da oben reingehe. Warte mal. Ich lenke mal hier ein bisschen ab. Naja. Hat nicht das gebracht, was ich ja nicht wollte. Warte mal. Das mache ich später. Das war's. Das ist der andere. coyste andere Wichser. Das ist die da. Sehr gut. Ich bin wieder zu weit oben. Nein. Sonst auch. Ich bin doch nicht. Warte mal. Du bist du hin? Ja. kein wunder dass dieses zeug so gut brennt scheiße scheiße man jeden einzelnen der ex-runde eigentlich jeden einzelnen umbringen damit ich nicht entdeckt werde das Der Schütze da oben, der nervt mich nämlich auch noch. Ich probiere es mal andersrum. Ich muss mir das ganze verloben. Ich probiere es mal anschauen. Das ist natürlich blöd, ne? Entschuldigung. Ich muss mal schnell die Fahrzeuge crashen. Entschuldigung. 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 So, das hätten wir auch schon. Ach du kacke, ach du kacke. Schaut, ganz ruhig. Verreckt. Habt ihr das gehört? Du bist tot weiter. Die gehen aufeinander los, das finde ich aber cool. Das geht mir alles ein bisschen zu langsam. So. So. So.